Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal ein paar meiner Lieblingsseiten, um Custom Content zu downloaden. Denn für ein richtiges, vernünftiges Video in dem Sinne hat es heute für mich nicht gereicht. Aber ja, also denn ich bin ein bisschen krank oder so, I don't know. Aber ja, ich wollte das hier nicht ausfallen lassen und dafür habe ich jetzt auf jeden Fall noch genug Kraft. Deswegen zeige ich euch, wo ich meinen Custom Content herbekomme. Die erste Seite, die ich euch vorstellen möchte, ist The Sims Resource. Dort gehe ich einfach immer auf Downloads und Show All bei Sims 4. Und ja, ich habe hier auch die VIP-Mitgliedschaft. Das heißt, ich kann das in so einen Warenkorb packen und kann dann alles gleichzeitig downloaden, etc. Was ziemlich cool ist. Und ich habe hier Early Access auf manche Sachen und so. Das ist ziemlich cool. Das kostet irgendwie 3,5 Euro oder so jeden Monat. Das geht eigentlich total fit. Ja, muss man halt selber für sich entscheiden, ob man das halt möchte oder nicht. Ich persönlich finde, dass es für mich sinnvoll ist, weil ich halt schon viel hier downloade und so. Und ja, die Seite ist halt schon definitiv schneller ohne diese ganzen Werbungen und so. Deswegen, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ansonsten schaue ich auch gerne hier auf der Seite Maxis Match CC World vorbei. Weil die finde ich auch unfassbar gut. Das ist auf Tamla. Und die Person rebloggt halt unfassbar viel cooles, cooles Zeug. Und was cool ist, es gibt halt Navigation. Und da kann man halt nach allem suchen, was man halt irgendwie möchte. Und das finde ich richtig, richtig cool. Das ist so ähnlich wie Lana Sisi Fines war. Die ist ja wohl irgendwie zurück oder so. Aber ich finde halt ihren Account einfach nicht, I don't know. Deswegen, ja, gucke ich halt hier gerne nach Maxis Match CC. Und wieso schreiben mir die ganze Zeit Leute das? Es reicht. Es reicht wirklich. Auf jeden Fall, wie gesagt, finde ich das hier ziemlich, ziemlich cool. Weil dann kann man nämlich einfach sagen, oh, ich bin auf der Suche nach Tattoos. Dann gucken wir nach Tattoos. Und man kann sogar sagen, wo und wie und wo und was. Und das ist einfach so cool. Wenn ich Posen suche, schaue ich gerne hier bei TS4 Poses vorbei. Auch auf Tumblr. Auch die folgenden Seiten sind alle auf Tumblr. Und ja, die Person rebloggt auch unfassbar viele Posen und so. Und das finde ich halt ziemlich cool. Weil Posen brauche ich halt für meine Funnights vor allem und so. Und manchmal halt auch für mein privates Gameplay finde ich das sehr, sehr schön, wenn man Screenshots macht. Und deswegen, ja, schaue ich hier halt viel nach. Das sind halt Posen für den Postplayer. Und ja, also ich finde es ziemlich, ziemlich cool, hier ein bisschen durchzuscrollen. Dann kommen wir weiter zu einem meiner absoluten liebsten CC-Creatoren überhaupt. Nämlich Simiracle. Ähm, die Sachen sind auf jeden Fall unfassbar süß, unfassbar süß. Und ich liebe die sehr. Deswegen, ja, also hier sieht man auch, wo ich dann halt immer war. Weil ich, weil ich like halt dann immer, wenn ich was gedownloadet habe. Und ich download halt wirklich alles, weil ich die Sachen sehr, 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 sehr schön finde. Das sind halt eigentlich fast nur Sachen für Kinder und Kleinkinder. Was sehr, sehr cool ist, weil ich finde, dass die oft zu wenig Content haben. Und ja, hier sieht man halt, hier kriegt man halt Zeug her. Was halt für Kinder und Kleinkinder gut ist. Der nächste Account ist von Trilike, Trilike, whatever. Ich mag diesen Account schon, seitdem sie auf The Sims Resource war. Aber dort postet sie nicht mehr. Sie postet immer ihre Sachen jetzt nur noch auf Tumblr. Beziehungsweise dann auf Patreon. Und das sind auch einfach so unfassbar schöne Sachen. Größtenteils Kleidung und so, teilweise Accessoires. Ist mega, mega cool. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ich mag den Stil. Ich finde es cool, dass es halt so ein bisschen Alpha ist. Aber trotzdem Maxis Match so. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Aber ich finde es mega, mega, mega cool. Die Sachen sind einfach wunderschön. Auch Nightcrawler von The Sims Resource ist nun nicht mehr auf The Sims Resource, sondern auf Simstim. Was ich tatsächlich nicht so gut nachvollziehen kann. Weil Simstim leider nicht so eine coole Seite ist. Aber darüber können wir vielleicht irgendwann mal anders sprechen. Ich weiß es nicht. Die Sachen von Nightcrawler an sich finde ich aber trotzdem immer noch mega, mega cool. Und deswegen downloade ich die Sachen immer noch. Weil ich finde sie unfassbar schön. Bei Antus Sims bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob die Person wirklich von The Sims Resource weg ist oder nicht. Weil manchmal kommen, also finde ich noch Posts auf The Sims Resource und manchmal halt nicht. Aber deswegen teile ich euch hier den Tumblr Account noch von Antus Sims. Denn dann könnte ich hier wenigstens definitiv das hier downloaden und so. Es sind halt, es ist mein Lieblingshaar-Creator von allen Creatoren, die es so gibt. Also ich finde die Sachen einfach unfassbar, unfassbar schön. Und ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Weiter geht's mit Clumsy Alien. Diese Person macht auch unfassbar schönen Content. Und ja, ich finde es sehr, sehr cool. Die Sachen sind halt teilweise ein bisschen weiter mal und so. Und nicht so eng anliegend wie die meisten Sachen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und ich finde sie sehr, sehr stylisch. Und das sind teilweise auch irgendwie, meiner Meinung nach, irgendwie andere, ein anderer Stil, als man halt sonst so sieht. Und das finde ich halt sehr, 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 sehr cool. Und ja, ich finde die Sachen auch einfach sehr, sehr schön. Dann haben wir Green Llamas. Ist auch eine unfassbar coole Seite. Und ja, auch diese Sachen sind unfassbar, unfassbar schön. Größtenteils Haare, teilweise ein bisschen Kleidung. Aber ja, ich denke die meisten, die Maxis Match CC benutzen, werden Green Llamas schon kennen. Denn diese Person macht unfassbar krasse Haare. Und die sind einfach nur unfassbar schön. Dasselbe gilt für Harris O'Brittany. Die Person heißt, glaube ich, Austin. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die Sachen sind auch sehr, sehr schön. Hier sind auch so Snowyscape Addons zum Beispiel. So Sachen, die halt nochmal die Sachen so einen Tick verfeinern, die halt mit den Packs dazu kamen. Sehr, sehr cool. Auch die Haare sind unfassbar schön. Und halt auch eben die Kleidung, die teilweise existiert. Finde ich sehr, sehr cool. Passen sehr, sehr schön ins Spiel. Ist halt Maxis Match und so. Und ich lieb's. Und auch Imbi Kai hat unfassbar coole Sachen. Und ja, ich hab zwar hier schon lange nichts gedownloadet. Die Sachen find ich trotzdem sehr, sehr schön. Ich werde dann dies wahrscheinlich einfach mal wieder alles downloaden, was ich noch nicht besitze. Weil diese Sachen sind auch einfach unfassbar schön. Und zu guter Letzt habe ich Lea Lilith. Weil ich auch glaube, dass sie nicht mehr auf der Sims Resource ist. Zumindest nicht immer. Ich weiß es nicht. Ich find die Sachen auf jeden Fall auch hier sehr, 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 sehr cool. Und ich denke, viele werden mir dazu stimmen, wenn man auf jeden Fall Alvacisi benutzt. Die Sachen sind sehr, 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 sehr schön. Und ja, ich downloade sie auch sehr, sehr gerne. Und das sind so ziemlich meine liebsten Custom Content Creator und Seiten, wo ich immer vorbeischaue, wenn ich Custom Content downloade. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Denn, wie gesagt, ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wo ich meine Sachen dann hernehme. Und jetzt habt ihr ein genaues Bild davon. Ja, und das war tatsächlich dann auch schon das Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es mal wieder was Richtiges in dem Sinne gibt. Ich wollte mich nochmal bedanken für die Leute, die beim Livestream dabei waren. Und ja, Dankeschön für alles. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.